Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie interaktive Whiteboards in Vorlesungen und Seminaren eingesetzt werden können. Interaktive Whiteboards vereinen die Vorzüge von Beamern und Notebooks mit denen einer herkömmlichen Tafel. Dadurch ergeben sich ungeahnte neue Möglichkeiten. Und danach gehen wir in Medias Res und werden entsprechend über die Chromosomentheorie der Vererbung bis hin zur Molekulargenetik. Das interaktive Whiteboard lässt sich schneller und aber auch vor allem komfortabler bedienen als Notebook und Beamer alleine. Das zeige ich Ihnen ein Spotlight. Sie haben hier die sogenannten Plant Ends. Und an dieser Stelle sehen Sie die sogenannten Sticky Ends. Dadurch, dass ich und auch die Studierenden direkt an Bord arbeiten, bin ich authentischer und ich kann meine Seminare spontan an die Bedürfnisse der Studierenden anpassen. Was ich außerdem schätze, ist, dass alles speicherbar ist. So habe ich Ergebnisse, die erarbeitet worden sind, schon in der nächsten Sitzung zur Verfügung und kann direkt daran anknüpfen. Dazu veranlasst wird, neue Viren herzustellen. Das halten wir auch. Weiterhin gefällt mir, dass ich alle digitalen Medien zur Verfügung habe. Ich kann Videos, kann Bilder, kann das Internet einbinden und so ohne großen Aufwand sehr anschauliche und sehr ansprechende Seminare gestalten. Die Arbeit mit dem Smartboard macht viel Spaß. Man kann einfach die Inhalte, die man zusammen im Kurs erarbeitet hat, für alle speichern und beim nächsten Mal darauf zurückkommen. Es ist einfach eine große Hilfe, die im Sprachunterricht viele Möglichkeiten bietet. Wir haben in den Vorlesungen zur allgemeinen Chemie schon zahlreiche wissenschaftliche Modelle kennengelernt. Die Frage ist nun, wie werden im Chemieunterricht diese Modelle eingeführt? Der Wechsel zwischen Stoff- und Teilchenebene. Eine Frage? Gibt es zu jedem adäquates Anschauungsmodell? Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte vielleicht die Frage nochmal erweitern in der Assoziation mit der Tetra-Ela-förmigen Anbauerung. Aber wenn wir im Schmierunterricht weitergehen, dann würden auch andere sagen, was Sie hier sehen, das ist ein Methan-Modell-Fühlen. Gleicher Anschauungsmodell kann hier einmal erst mal auf die... In der Vorlesung nutze ich vorbereitete Folien, die ich aber je nach Situation verändern kann, ergänzen kann. Dadurch wird meine Veranstaltung weniger statisch und ich kann im Anschluss diese Dateien abspeichern und den Studierenden zur Verfügung stellen. Seit über acht Jahren setzen wir nun interaktive Whiteboards ein. Wir haben damit überaus gute Erfahrungen gemacht. Studierende können viel motivierter arbeiten und Studierende können sehr viel aktiver in das Geschehen eingebunden werden.